Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen bunte Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeres glänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch, die Kreise schlingen, aus des Schehes Einsamkeit. Steigs wie wunderbares Singen, oh du gnadenreiche Zeit. Dieses Gedicht ist von Josef von Eichendorff. Hallöchen meine Lieben, da bin ich wieder und ich hoffe, dass ihr heute wieder ein Gedicht zu hören kriegt. Ja, wir suchen am Schokokalender die 19. Ich habe natürlich schon wieder geglotzt und da ist sie. Die mache ich jetzt mal auf, wenn sie mich lässt. So. Und ich hole da raus. Eine Sternschnuppe. Die lasse ich für ein Kleinchen hier. Die kommt nämlich nachher, die hat noch was auszupacken. Und guck mal da, ist die Sternschnuppe. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich beim Mones Adventskalender wieder. So, da sind wir, da sind wir. Und wir schauen, es ist ganz wenig nur noch zu sehen. Tja, ihr Lieben, bald ist es soweit. Ja, und wo ist die 19? Da habt ihr bestimmt schon gesehen, ne? Da ist sie. Und die werde ich jetzt hier wegnehmen. Und dann sehen wir uns am Tisch wieder. Da bin ich schon wieder. Und schaut mal hier, wie hübsch Mone diesen Umschlag hier wieder verziert hat, ne? Guckt mal hier. Oh, Silent Night, a joy to the world, the Lord has come. Ja, total schön, wieder dieser schöne Umschlag, ne? Und, ja, ich guck mal, dass ich den jetzt wieder aufpuppel. Was natürlich unbeschadet nicht funktioniert. Aber ihr wisst ja, ich verwahre, ne? Ja, dann schauen wir mal. Upsi. Fühlt sich ganz schön fest an, ja. Oh, jo, jo, jo. Na, komm. Na, komm. Sehr gut. So. Auf ist er. Und ich greife mal rein. Und es ist... ein Block. Habe ich geschickt gemacht, ne? Und ich drehe ihn um und... Oh, 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 oh. Tones. Hier, da gucken wir doch mal durch, ne? Habe ich den schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Sehr gut. Wieder ein Block mehr für meinen Vintage-Stapel. Oh, wie schön. Guckt mal. Seht ihr das? Ne, die Kamera gibt das gar nicht so schön wieder. Das ist so ein schönes, zartes Grün. Toll. Mit diesem Ornamentmuster. Toll. Und hier Holzoptik. Holzoptik geht ja immer, ne? Und hier... Oh, wie hübsch. Och, Mensch. Das ihr das nicht sehen könnt. Was für ein schönes Grün das ist, ne? Schade. Warum gibt die Kamera das denn nicht her? So, und hier, guck mal. Schöni, schöni, schöni. So ein... Ja, was ist das? Sieht aus wie... Schmutzig, leicht grün. Keine Ahnung. Also Vintage halt, ne? Richtig cool. So alt halt. Und hier wieder... Oh, ganz viel mit Grün. Ich werde verrückt. Auch wieder dieses... Als ob man da schon mit... Distressfoto da drüber gegangen wäre, ne? So, toll. Ja. Und hier. Schön. Das ist aber jetzt so grau-blau, ne? Nicht ganz türkis, aber so ein grau-blau. Toll. Dann dieses hier. Das ist grau. Aber alles diesen... Ja, diesen... Diesen Effekt hier drauf, ne? Toll. Oh, schöni. Schöni, schöni. Grün, grün, grün. Und hier haben wir wieder Holzoptik. Oh, schöni, Hafti. Und wieder grün. Sehr schön. Dankeschön, liebe Mone. Den kann ich natürlich sehr, sehr gut gebrauchen, ne? Ja. Das freut mich ja wieder. Da habe ich ja noch viel mehr zu verbasteln. Also, ich werde das ganze Jahr über reichlich zu basteln haben, ne? Ich muss ja jetzt so viele Sachen machen. Ja, das wird schon klappen. Also, ich habe ja ein ganzes Jahr Zeit, ne? Liebe Mone, danke schön. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen bei Türchen Nummer 20 wieder. Ja. Hammerhart, ne? Sag ich da nur. Hammerhart. Ich freue mich. Auch wenn es jetzt ein bisschen traurig aussieht. Aber ich freue mich. Okay. Das war es jetzt für dieses Video. Ja, hoffentlich klappt das gleich mit dem Gedicht noch. Und hoffentlich hattet ihr dann wieder Freude daran. Bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.